So, hallo Freunde, da sind wir wieder bei Nico Belek und GTA 4. Wir haben die letzte Mission erfolgreich abschließen können. Hier schreit schon wieder jemand. Wir schwingen uns wieder auf unser Motorrad. Ich hab schon mal den... Hab das gesehen. Ähm... Den hab ich schon eingegeben als Wegpunkt. Aber ich habe hier gerade gemerkt, dass wir doch wieder eine schusssichere Weste brauchen. Das heißt, wir fahren da jetzt erstmal hin. Und starten uns mal wieder aus. Oder erst einmal wieder aus. Und dann schauen wir mal. Da ist schon wieder eine SMS. Da gucken wir... Äh... Niki, wir wollen dich im Auge behalten und in der Nähe haben. Ab jetzt wirst du in... In einem Apartment in der Nähe wohnen. Mach dir keine Sorgen, dass dein Cousin jetzt alleine schläft. Ihm wird nichts passieren. Ciao. Das ist das, was ich im letzten oder vorletzten Teil gesagt habe. Dass wir noch einmal umziehen werden. Und genau das ist jetzt passiert. Wir haben jetzt ein neues Versteck. Und äh... Das ist halt an dieser... Oh! Ja, ich komm gleich. An äh... An dieser besagten Küste gewesen. Oder... Da, wo es mehr ist. Also... So grob habe ich es halt nur... Äh... Da schauen wir jetzt gleich mal nach. Oh Gott. Wow! 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 Ach guck... Na, da wäre auch wieder einer gewesen. Äh... Hallo? Meine Tastatur? Spielt verrückt. Rosi, was will er? Falt ein Stück. He's don't want you to give it back to him, does he? Shit, no, that's cool. I was just telling him how, you know, you can make things happen. He's gonna be in touch with you about some cars he needs found. If you catch my meaning. Sure, I have an ability to find stuff. If the price is right, give him my number. Fuck, man. You are the boy. I call Stevie. Stevie. Okay. Schade, der... Fassand ist weg. Kacke. Da stand wieder einer am Straßenrand. Mit, äh... Dem wir eine Mission hätten machen können. Naja, egal. So, Stevie habe ich gesehen. Mit dem können wir jetzt, äh... Auch kommunizieren. Und der ruft uns an. Das, äh... Schon wieder die Maus hier. Naja. Ähm, ja, dass wir mit dem dann wohl auch wieder irgendwas... Illegales anstellen. Naja, oh, äh, ja. Äh, hier rum, da rum und dann hier rum. Meine Güte. So, jetzt hier gleich müssen wir, die hat eine Pfanne da. Da sein. Kalt! So, da vorne, genau. Da sind wir auch schon. So, ach komm, weil es so lustig ist. Wups! Hey, you're cool, alright? Hehehe. 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 So, ähm... Nico, den Helm kannst du ausziehen. Äh... Haben will. Sehr gut. Ja, und jetzt wieder aufsteigen, ne? Helm anziehen. Genau, safety first. Moment. Was sagt eigentlich... Nein. Absteigen. 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 Oh, Freunde. Meine Tastatur. Ich glaub, die Batterien sind wieder mal leer. Ich glaube, ich muss hier mal kurz Schluss machen, weil ich drück die ganze Zeit auf F und es passiert nichts. Ja. Ähm... Ich will mal kurz die Batterien wechseln. Bis gleich. So, da sind wir wieder mit frisch geladenen Batterien. Ich weiß auch nicht, was das gerade war. Entweder spiele ich zu viel oder irgendwas stimmt mit der Tastatur nicht. Oder mit den Batterien. Nun gut. So. Hey, hallo? Ich drück Vollgas. Sag nicht, ich komm hier nicht um. Doch, so gerade. So. Warum hab ich denn da jetzt wieder ein D stehen? Äh... Der Reg... Ach, okay. Okay, jetzt fahren wir aber erstmal zu Ray. Ah, das ist doch schon ein viel besseres Feeling. Da kann man doch gleich viel besser fahren. Viel besser an einer Einbahnstraße. So, da hinten ist Ray. Und wieder The Riddle. Und hier haben wir jetzt folgende Mission. Taking in the... Trashort? Hey, Nico. Ray. Take a seat. Thank you. So. You took care of that thing? Yes. I appreciate that. Hey. Now, I look after my friends. I got a lot of friends. Important friends. Jimmy Pegarino is a personal friend of mine. More or less. Hey, sweetheart. Hey. My God, you look like shit. What's wrong? Nothing. I haven't been to bed yet. I've been smoking crystal. Baaah. You been what? What are you, a fucking idiot? White-dress motherfucker! What is wrong with you? Give me a break, okay? I feel like death. Hey. Hey. Hey! What? It's because I care. You know that. Yeah, I know that. Now. Speaking of the ice. Yeah. They got it. They left it where you said. That's why I came over here. Can I get a goddamn copy here? Yeah, you look like I could really use some goddamn caffeine. I'm fucking coming down, asshole. I feel like death. Fine, whatever. Uh, Nico. Need you to go collect some garbage for me. Garbage? Yeah, you wanted a career in waste disposal, now you got it. Can I get a goddamn coffee over here? What kind of garbage? Garbage, you want a lot of ice in it. Go over to F between Columbus and Denver. There'll be a truck waiting there. Three guys. Good guys. Friends of mine. Main guy's name is Luca. Go. Okay. Was ist denn F? Come here. Hat der gerade come here gesagt? You gotta stop me smoking this stuff, Ray. Fuckin' killin' myself. Mm-hmm. Das ist Crystal allemal. Gut. Where is my... Da ist es. Hol den Trashmaster. Ach, du liebste. Direkt um ne Ecke. Und wieder The Riddle. Das ist egal. Hallo, da bin ich schon. Ich kann endlich wieder Müllwagen fahren. Haha, LSD. Ich hab auch nichts anderes erwartet. Mich einfach nur schön daneben setzen, einfach nur dabei sein. Geht ja nicht. Steig in den Müllwagen. LSD. Okay, ich muss jetzt... Oh, 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 oh. Ich muss jetzt auf meine Farbe sachen. So, someone's been blowing out of a load of diamonds? You can say that. Ray got that winky chicka is. The biker butt. You matter? Yeah, she's pretty strong out. Ray got her to get her friends to steal the ice off of some club owner now. Her friends are the lost biker. Wee, 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 wee. He was called Johnny or something. Ach, da ist es schon. Schade, dass ich keine gelben Palloverleuchten habe. Ja, ich bin da. Donut, das ist es. Grab die Brücke. Die Müllpresse ist doch nicht wahr. Wir müssen die Müllpresse aktivieren. Got it, let's go. Ja, komm. Geht an, komm auch. Next one's on H Street. Move out, Nicky. Ja, will der jetzt nicht mitkommen? Boah, geht das auch mal schneller? Danke. Oh, und diese Musik? Na, das ist schon besser. Werde hier gleich mit Sicherheit von irgendwem attackiert. Boah. Even if we don't want to attract any attention. Ja, me und unsere Mutter waren genau. Before you started hier. Who said that there's a lot of opportunities for this to go wrong. The bags get split, the diamonds could go missing really. That's why we're going to be extra careful. What? We wouldn't want that to happen, would we? Of course not. You know how pissed Ray would dad if he found out some diamonds were missing? Die Hände der Kampfer? Bist du mich schuldig? Der Manager eines seiner Wastdepots hat ein paar Jahre zurückgebracht. Ray schickte ihn zu einem Dump-Truck. Da war dieser Punkt, wo die Sonne des Schriems stoppt und alles, was du hörst, war, dass seine Böden zerbrechen. Dann der Pop von seiner Skulldose. Ich habe fast mein Essen verloren. Nice. Das ist der andere, Toner. Grab ihn! Ach so, ich muss wieder... Hinten die Ladefläche öffnen. So, jetzt sind sie, glaub ich, ein bisschen schneller. Schneller. Ey. Nun komm schon, danke. Was? Ich wusste, jetzt passiert was. Shit, man, sieht aus wie wir zusammen haben. Mh, ist klar. Und ich kann nichts machen. Oh, wieso hab ich jetzt... Weil mich jetzt gefeuert habe, ich krieg die Cops nicht mehr los. Oh, nee. Nee. Oder doch? Vielleicht krieg ich ihn doch los, den Kopf. Ja, oh Gott, Alter. Diese Müllsekten zerreißen. Boah, ist das kompliziert hier mit dem Truck? Das ist nicht so einfach. Ja. Meine Güte, ey. Ist er jetzt weg? Ach, guck mal. Da steht noch einer. Ja, er ist weg. Okay. Nice driving, Nicky. Looks like you lost them. Let's train this icehall. Das ist es. You got us here, Nicky. Ja, vielen Dank auch. Es war einfach, das war... Das war's? Das war ja... Das war ja einfach. Das ist ja geil. Tja, und weil es so schön war, Freunde, gleich nochmal. Keine Alarmanlage. Achso, jetzt habe ich ihn abgewürgt. Naja, Freunde, wie dem auch sei, der Teil ist vorbei und wir sehen uns dann gleich mit dem nächsten Teil wieder hier im Müllauto. Also, bis dahin, NRW bei 18 Hat You.